Die Handkamera benutze ich eigentlich nur, weil das einzige Moment, dass ich zurzeit nicht mit dieser Kamera dokumentieren kann, die hier fix installiert ist, um meine Performance zu dokumentieren, ist das Publikum. Das normalerweise, wie wir hier auch gesehen haben, immer wieder mal Teil der Dokumentation wird. Und das mache ich sozusagen heute händisch zwischendrin immer wieder mal mit dieser kleinen Linke. Die Sachverschließung. Jetzt kommen wir eigentlich zu den Sachen, zu den Teilen, die für die inhaltliche Erschließung einer Dokumentation extrem wichtig sind. Während jetzt die Dokumentation, wie wir wissen, schon 15 Minuten laufen wird, also ich habe genug Zeit, werde ich kontextsensitiv einige wichtige Stichworte für die gesamte Performance nennen. Und ich will dazu im Prinzip aus ästhetischen Gründen das Medium wechseln, also weg vom Vortrag, weg von der performativen Arbeit hin zu einer ästhetischen Arbeit. Also ich möchte im Prinzip versuchen, hier festzuhalten, was meine wichtigen Stichworte, die wichtigen inhaltlichen Daten für diese Performance waren.